yo leute herrlichen und willkommen zurück zu einer neuen folge von pokémon mystery engine team rot wir befinden uns nach wie vor im stillklamm und bevor ich weitere fragen beantworte muss ich mir erst mal entschuldigen denn ich bin ein retard denn zum verständnis nach jeder aufnahme setze ich im emulator einen kurzen save state heißt ich drück steuerung f1 und dann habe ich einen speicherstand völlig egal wo ich bin dann drücke ich einfach später wenn ich dann weiter spielen möchte an diesem art diesem punkt dann drückt einfach noch mal f1 und dann wird genau dieser speicherpunkt geladen völlig egal wo der ist das ding ist jetzt nur ich bin überhaupt sind gut ich bin ich wollte wieder ein save state setzen also steuerung f1 ne shift f1 oder shift f1 wollte drücken dann bin ich von der shift taste abgerutscht bin nur auf f1 gekommen und das hatte dann zur folge dass ich den save state vom parter vor geladen habe dann war ich ganz plötzlich wieder im finster vor sehr war ganz ganz war ganz komisch und deswegen muss ich gerade bis hierhin noch mal spielen aber keine sorge ich habe nicht geschummelt oder so ich habe wieder ein beliebersamt verloren von daher alles gut alles gut so machen wir weiter mit euren fragen alter ich treffe einfach irgendwie keine moves werden das ist furchtbar weiter noch fragen und zwar von donnie don crafter warum magst du pokémon und was wer war der erste der der erste deiner jetzigen freunde die du über youtube kennengelernt das war okay alles klar warum mag ich pokémon habe ich jetzt schon erklärt ich habe versucht zu erklären ich glaube es ist einfach einfach erst mal dieses einfach dieses sammeln an pokémon und pokémon sehen einfach so so cool aus also kreativ gestaltet etwas anderes ich weiß nicht irgendwie es hat halt so ein reiz keine ahnung ich kann es selber gar nicht wirklich sagen was mich an pokémon so begeistert die story ist es dich die grafik ist es auch nicht keine ahnung wahrscheinlich einfach diese keine ahnung ich habe keine ahnung was mir pokémon so begeistert alles irgendwie alles keine ahnung kann ich kann ich echt nicht weiter ausführen dann halt die frage wer war der erste deiner jetzigen freunde die über youtube kennengelernt hat ja ich habe halt im laufe der zeit eine menge leute über youtube kennengelernt aber man hat sich halt auch mit 400 wieder mal auch auseinandergelebt aber ich würde tatsächlich sagen die person die ich würde dann zu meinem freundeskreis zählt die ich so als erstes kennengelernt habe ist jo sterben gleich schon wieder ist dann timo denke ich also racer das ist jetzt auch schon anderthalb jahre her glaube ich dass wir uns kennengelernt haben ist schon finde ich eine beachtliche zeit für youtube verhältnisse doch doch ich würde sagen timo ich glaube schon nein das klappt hat die klaus gebrochen und schiegel stirbt alter los kill ist dann schon ist doch ein bisschen gern als ich dachte ich will das schiegel wieder ding ist ich kann mich doch auch einfach zu schiegel drehen oder nicht genau so meine ich doch hier frisst das gut und ja soviel zu der frage dann die nächste frage von aber ich habe ein bisschen angst von dem vibor moment geh weg danke von great my tm und zwar ist eine frage was ist dein lieblings film was ist dein lieblings album mein lieblings film ich habe glaube ich habe das schon mal irgendwann erwähnt wenn ich mich irre ne das war in dem stream war das in dem stream von barzap das mal erwähnt ich habe gar nicht so ein lieblings film ich es ist eher eine ganze filmreihe und ich würde sagen dass tatsächlich harry potter sowohl die bücher als auch die filme finde ich absolut großartig harry potter ist glaube ich wirklich so mein absolutes lieblings franchise überhaupt also ich liebe harry potter und sonst was einzelne filme angeht fand ich 2013 world war sie verdammt gut ich muss mir überlegen also so einzelne filme ist schwierig weil ich halt echt sehr viele film reihen eher gucke tribute von panem finde ich zum beispiel echt gut oder welche filme so einzelne filme hangover ist gar nicht so meins aber muss ich gerade so denken weil ich das letzte mit einer freundin geguckt habe einzelne filme fiel mir jetzt gerade nicht ein ich würde also harry potter ist halt meine mein lieblings filmreihe und wenn ich jetzt sagen würde einzelner film auch einzelner film würde ich glaube ich echt sagen world war sie dem film fand ich großartig ich habe echt so viele einzelne filme flug der gräbig auch eine sehr gute filmreihe bei ok so einzelne filme habe ich gar nicht so oft gesehen oh shit sind wir schon da wie gesagt ich will die frage kurz noch beantworten so einzelne filme habe ich tatsächlich nie so wirklich geguckt avatar habe ich nicht gesehen äh prince of persia sense of time hat mir hat ein freund davon damit auch total geschwemmt habe ich nicht gesehen keine ahnung bleiben wir einfach bei harry potter bei der ganzen reihe und mein lieblings album ist glaube ich meteora von linken park und vielleicht noch rice von skillet ja gut soviel dazu und konzentrieren sich auf die study pappungas freund sollte sich irgendwo befinden nicht wahr korrekt oh hey wir haben dich gesucht geht's dir gut ja es geht mir gut aber großartig der freund wartet auf dich Tengulis ist weiter hinten was Tengulis gehen wir Tengulis hey geht's dir gut reiß dich zusammen hat er echt nur 10 Ebenen krass kümmern euch nicht um mich verschwindet von hier run you fools run von hier verschwinden was denn jetzt passiert es ist stockdunkel ich kann gar nichts sehen da kommt was oh das sah so cool aus ey das sah gerade richtig cool aus dieser kleine dieser kleine äh nicht jumpscare aber jumpscreen vielleicht der ganz deine karte wo man zappt das gerade wiederum gesehen hat ich finde so was total geil so was wünsche ich mir zum beispiel für super misst du wieder schon solche kleinigkeiten solche solche gestalten solche kleinigkeiten in der gestaltung das finde ich cool zur seite ihr er wagte es mein schlaf zu stören bei eindringen bei eindringlingen kenne ich keine gnade und das schließt euch mit ein nein zappt das hat gnade an erster hat schon was zu gesagt oh nein tengulis ist verschwunden ich bin zappt das die verkörperung von blitz und donna wenn ihr tengulis retten wollt dann erklimmt den donna berg wow hat nen auftritt zappt das das ist also das legendäre monster oh shit naja immerhin kommt ein paar punkte retten ist auch was aber ich bin zwar jetzt in sicherheit aber tengulis steckt in schwierigkeiten erzähl es uns bitte was genau ist schief gelaufen ja also tengulis hat mit seinem blättern wind entfacht und befreite mich so aber diese winde haben eine wolke auseinander gerissen und als das geschah tauchte dieses monster am himmel auf das monster es sagt es hieße zappt das oder so ähnlich sagtest du zappt das und ich bin simsala skidab zappt das eines der legendären vogel pokémon ich hörte es habe lange zeit geschlafen dann hat den grund ist es ausgeweckt aufgeweckt nein der wind von tengulis war lediglich der auslöser schließlich war bereits die dortige abwesenheit aller winde unnatürlich dies muss von den jüngsten naturkatastrophen verursacht worden sein zappt das ist wütend darüber aus seinem schlaf geweckt worden zu sein tengulis muss gerettet werden warum sind immer alle pokémon so angepisst wenn man durch ihrem schlaf weckt also alles solche solche morgenmuffel das ist furchtbar aber zappt das wird nicht einfach sein seine elektrottakten sind richtig gemein dessen bin ich mir bewusst wir werden vorsichtig vorgehen müssen wir gehen auch über den tengulis ebenfalls helfen alter ich habe richtig druck den hals was das ist gefährlich zappt das ist mächtig es ist wahrscheinlich dass dies eure kräfte übersteigt jetzt mach mal halb lang so erbärmig sind wir gar nicht und wir haben auch keine angst vor zappt das ist die richtige einstellung so erbärmig sind wir gar nicht wir haben keine angst vor zappt das seid ihr schon mal von einem elektrischen schlag getroffen worden danach ist der ganze körper taub und zittert kein problem ich bin was pflanzentypus zappt das ist richtig fies es ist im stand und verspeist euch zum frühstück ist euch das klar ich habe keine angst wissen schließlich ein retter team wir wollten gutes helfen gute einstellung gut ich sehe ihr mut ja klar unsere beiden teams sollen jeweils einzelne donnerberger warum geht ihr nicht zusammen da werdet ihr doch viel stärker egal unser ziel ist es den gutes zu retten mögen wir erfolgreich sein ja ich kann es kaum erwarten team lassen unser bestes geben jetzt ist jetzt aufgefallen das kick aber die faust so richtig in die höhe regt sie richtig cool aus so wir speichern unser abenteuer und traumsequenz keine traumsequenz okay morgen ich habe geschlafen ich könnte gar nicht besser schlafen bei der vorstellung was er auf uns zukommt natürlich vielen dank also dann werden zum donnerberg und ein gutes retten ich war aber zum seien hat uns geraten uns vorher gut vorzubereiten was meinst du wir können sofort zum donnerberg gehen oder nicht ich würde gerne mal schauen was die keckleon bruder für die tms haben weil wir jeden tag andere tms die haben heute erholung muss nicht sein so hat ihr mich ja coolen items hat ihn mir lieber sagen zum beispiel das wäre mit sicherheit nicht schlecht näher plosivsamen großen apfel schlafsamen nimm man schlafsamen mit vielleicht doch noch ein plosivsamen okay gut gut gehen mal kurz zum plan gar mal auf der da vielleicht auch irgendwann von gebrauchen können so was können wir denn vielleicht mal weg tun den wechselort glaube ich brauchen wir nicht werden so viele top elixier davon kann ja auch ein paar weg tun so dann vielleicht noch ein apfel der apfel sind okay apfel apfel sind okay dafür sind in ordnung ja ich habe ich habe so viel ich habe noch zwei top elixiere dabei ist muss reichen okay gut leute wie dann kann ich doch offen ich glaube noch fünf minuten oder so ja ungefähr würde ich sagen wir gehen einfach schon mal zum donnerberg und ich beantworte dann noch gleich ein paar fragen zum ende des parts so den donnerberg die musik richtig cool wir sind hier wohl am fußwand vom donnerberg ich frage mich ob sich im salas team bereits auf den weg gemacht hat sagt dass der name klingt nach stärke vor allem ist der elektro typus also bist du ziemlich am arf ich zittere aber ich darf mich davon nicht aus der fassung bringen lassen unsere mission heißt rette den gule ist ihm geben wir unser bestes natürlich so donnerberg ebene 1 und hatte ich in tuska ja nächste frage von still alive magst du prank videos geht nicht wirklich es ist es ist juckt mich nicht muss ich sagen alter dieses tuska viel zu viel aus danke das interessieren mich nicht so sehr dann die frage für dich komisch stehst du auf mega schnelle wasserrutschen wie kommt man auch wie kommt ja so eine frage ja sind okay keine ahnung wie kommt wie kommt man auch so eine frage egal ich hinterfrags nicht mal nidoran oh shit doppelkick macht den damage ja das war das war komische fragen das sind dann für gewöhnliche fragen die eigentlich nicht dran nehmen keine ahnung keine ahnung so dann neue zwei leute sind noch übrig geweckt die doran hält die tanken viel ich sterbe ebene 1 mann bullshit so los los was so ein scheiß ebene 1 mann ich bin direkt verreckt nächste frage von aki infernape oder ak infernape gibt es freunde oder bekannte in einem umkreis sie meinen dass pokémon nichts für den alter ist und nicht gut finden dass du videos darüber machst tatsächlich nicht also tatsächlich gibt es in meinem freundeskreis niemand der sagt er was machst du da für eine scheiße voll peinlich man wird los mit dir tatsächlich nicht also eigentlich finden die meisten meiner folgen dass tatsächlich sogar ziemlich cool was ich youtube mache und ich glaube dass oder wenn leute das erst mal hören dass ich youtube mache ja ok pokémon videos da ha ha ne dass das da muss ich irgendwas zu sagen aber dann meistens finden die leute ist doch ziemlich cool eigentlich meine komplette stufe wisst ihr ich habe 100 schüler bei unserer stufe ich glaube jeder von denen weiß dass ich youtube mache und ich kenne jetzt niemanden der es behindert behindert der es irgendwie großartig peinlich findet und die leute dies peinlich finden mein gott ja mache ich mir nichts draus ich mich auch nicht ich habe spaß an youtube mir macht das spaß ich habe offenbar leute denen es gefällt ja die soll leute geben die es gefällt wieso konntest du jetzt fünf mal angreifen der dreimal angreifen was soll das sein bullshit was zum teufel was warten ich möchte danke komisch komisch sehr komisch egal aber den leuten die wir es peinlich finden ja dann denke ich mir mein gott kümmert euch doch mal euer eigenes zeug ne wenn ich für mich ein bisschen kind bleiben möchte und dieses kind ich auf youtube ausleben möchte ist das doch meine sache oder nicht und allgemein geben leute viel zu viel wert auf die meinung anderer leute finde ich persönlich das merke ich gerade jetzt bei mir in der stufe irgendwie keine ahnung es ist sehr merkwürdig dass ich oder eigentlich verstehe es einfach nicht wenn leute einfach so viel mehr wert auf die meinung anderer leute richten der berichten legen als einfach einfach sie selbst zu sein warum muss man sich für andere leute verstellen leute sollen einfach einen mögen so wie man ist ja das ist das konnte ich noch nie nachvollziehen und ja ansonsten gesagt mein freundeskreis finden das kurzzeit eigentlich voll in ordnung und auch ziemlich cool glaube ich doch also ich bin ja auch nicht ganz erfolglos finde ich was youtube angeht ja ich finde 7.000 abonnenten ist es im großen und ganzen keine so riesige zahl im kollektiv gesehen aber für mich persönlich ist es schon ein erfolg finde ich doch also ich bin damit eigentlich sehr zufrieden und auch doch ich glaube auch dass leute also meine freunde die die wissen ja ungefähr wie viele abonnenten auf youtube aber die schauen ja schon mal gelegentlich meine videos und die sind eigentlich auch doch glaube ich doch ich glaube die sind auch relativ ich will ich sagen stolz ich stolz nicht aber die ich glaube also die finden es auf jeden fall ganz in ordnung die finden es größtenteils auch ziemlich cool doch und dafür muss ich sagen dafür bin ich meinen freunden auch echt dankbar dass sie mich größtenteils unterstützen was youtube angeht muss ja auch einfach mal so gesagt sein ist nicht selbstverständlich die hätten auch sagen können boah alter was machst du da ist totale scheiße tun sie aber nicht meine freund unterstützt mich eigentlich da wo es nur geht und ja was ich gerade sagen wollte es ist halt also unterschied meine freunde wie gesagt finden das total in ordnung und auf großen zeit ziemlich cool aber wenn du dann neue leute kennenlernen und die erfahren du machst youtube was machst du da so ne dann sagst du dann sage ich als erstes sage ich jetzt place ja und dann war jetzt vielleicht so eigentlich eigentlich ganz cool und dann wollte wissen was du jetzt place ne und dann sage ich ja größtenteils nintendo zeug und hauptsächlich halt pokémon ne und dann sagen die leute entweder es ist ganz lustig entweder sagen die leute dann entweder ist total cool oder die sagen oh pokémon wie alt bist du sieben haha ne ist halt so ein ding weil pokémon hat immer noch den ruf dass es mega das kinderspiel ist und so allerdings gab es halt da letztens was er jetzt das war von einem jahr oder so war ich auf dem geburtstag von der bekannten und gab es eine ganz lustige situation da hat nämlich von dieser freundin der der amalige freund habe mich dann halt auch gefragt was der video so mache oder die ptm das ist schockwelle okay kann man mitnehmen hat er halt so gefragt was ich youtube mache ist was machst du was machst du so vielleicht plötzlich hauptsächlich pokémon muss ich sagen und dann herr pokémon alter ist das nicht ein bisschen bin ja wo kommt ihr alle her ist das nicht ihm ist doch ein bisschen zu alt für oder nicht ne und habe ich so gefragt nö warum es macht mir spaß warum soll ich zu alt irgendwas sein was mir spaß macht ne und dann habe ich halt so gefragt ja besiegt worden dann habe ich halt so gefragt nicht schon wieder was was er denn so zockt ne und dann dann kam prompt die antwort ja call of duty das war einfach das das standard klischee ne wenn leute sagen das und das spiel dafür bist du zu alt dann spielen sie call of duty ja und da und spätestens dann wenn die leute sagen wenn du dann die leute fragst wenn die leute sagen du bist zu alt für ein spiel dann sagen diese leute ja ich spiel call of duty alter ich zock minecraft oder halt irgendwie sowas dann weißt du okay die meinung kannst du einen scheiß geben es ist halt einfach so ich besitze keine items mehr großartig ich werde verrecken warum ich eigentlich noch mal hier reingegangen ja ist halt einfach so ist halt einfach so also um die frage abschließend zu beantworten freunde und bekannte finden das so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.